Jede Windel ist auf ihre Art irgendwie einzigartig, zumindest in den Motiven. Manche stechen durch andere Besonderheiten hervor, die es nicht überall gibt, wie zum Beispiel einem kreativen Ness-Indikator. Bei der Fabicare ist es etwas, das wohl einigen von euch weniger gefallen dürfte, man hat die Größe M gestrichen. Medium, Large und Extra Large sind normal die Standardgrößen. Wie ich in den vorherigen Folgen der Windel-News schon gezeigt habe, sparen sich manche Hersteller XL. Dann gibt es noch S, die von vielen gar nicht angeboten ist. Der Grund ist einfach, sowohl die kleinste als auch größte ist eine Nische. Den meisten Menschen passt M oder L. Aus Sicht eines gewinnorientierten Unternehmens lohnen sich S und XL manchmal nicht, da man die Maschine umstellen und Lagerkapazitäten finanzieren muss. Neu ist aber bei Windeln, dass jemand Medium streicht. Ich habe noch keinen Hersteller gesehen, der M nicht anbietet. Bei vielen ist es die kleinste Größe, da es recht selten ist. Fabi-Monti hat es getan, sie bieten ihre Eigenmarke nur in L und XL an. Dabei ist Large allerdings recht großzügig geschnitten mit einem Teilenumfang von 91 bis 127 cm. Zum Vergleich, bei der Riads Critter Caboose geht M von 76 bis 102 cm, die L von 87 bis 107 cm. Die Fabi-Kare L ist also eine Art M+, sie wird einem Teil der Menschen passen, die in anderen Windeln RM haben, sofern sie sich nicht gerade am unteren Bereich der dortigen Skala bewegen. Fabi-Monti startete vor vielen Jahren auf Ebay mit einem Shop, der PVC-Hosen verkauft. Später kam der eigene Webshop dazu. Er lässt sich sehr flüssig bedienen und ist mir wohl wegen dieses Fokus auf PVC bisher noch nie aufgefallen. Solche Hosen gibt es dort jede Menge, aber Einwegwindeln nur eine, die Fabi-Kare. Sie wurde von den Betreibern selbst entwickelt und sie scheint nur im eigenen Shop verkauft zu werden. Wahlweise im Webshop oder vom gleichen Betreiber auf Ebay. Woanders habe ich diese Windel nicht finden können. Im eigenen Webshop wird Größe L für 29,90 Euro pro Zehnerpackung angeboten, bei XL sind es sogar 10 Euro mehr. Die 39,90 Euro scheinen der Normalpreis zu sein und die 29,90 Euro ein reduzierter. 2,99 Euro pro Stück würde sich im Vergleich mit anderen ABDL-Windeln im oberen Mittelfeld bewegen. Bei 3,99 Euro sind wir klar im oberen Preisbereich, wo auch der Weg zu den teuren Windeln von ABU nicht mehr weit ist. Auf Ebay sind dagegen beide Größen für jeweils 29,90 Euro pro Packung mit kostenfreiem Versand erhältlich. In ihrem eigenen Webshop dagegen wird erst ab 49 Euro Warnwert versandkostenfrei geliefert und die Windeleigenmarke ist sogar ausdrücklich davon ausgenommen. Das wundert mich, im eigenen Shop sollten die Preise doch normal am besten sein, weil man nicht die hohen Gebühren und Provisionen von externen Plattformen bezahlen muss. Ebenfalls verwirrend, in der Beschreibung wird mit einer theoretischen Saugleistung von 6 Litern geworben. Laut Foto von der Verpackung sollen es 6,5 Liter sein. Wie gemessen wurde, wird leider nicht angegeben. Wahrscheinlich also kein ISO-Standard. Vorbildlich finde ich dagegen den Hinweis, dass dies ein Laborwert unter optimalsten Bedingungen ist, der so in der Praxis noch nie erreicht wurde. Das habe ich noch bei keiner anderen Windel gesehen. Obwohl es dort genauso ist, alle diese Werte sind theoretisch gemessen und werden in der Praxis nie erreicht. Egal ob es 6 Liter sind oder teilweise bei Reas mittlerweile durch neue Messmethoden sogar 11 Liter. Ansonsten soll die Windel außen mit Folie beschichtet sein und 4 Kleber haben, sie wird als extra dick beschrieben. Ein Foto von einer einzelnen Windel ohne Packung gibt es leider in keinem der beiden Shops. Allerdings zeigt eines das wiederholende Muster mit verschiedenen Tieren wie Hasen oder Mäusen. An diesen Kleinigkeiten merkt man, dass es die erste eigene Einwegwindel ist. Und der Shop in diesem Bereich generell noch wenig Erfahrung besitzt, es werden ja auch keine anderen Einwegwindeln verkauft. Es gibt ein paar mehr Weg, der Fokus ist jedoch klar auf PVC. Zu dieser neuen Windel findet man so gut wie nichts im Web. Das ist wirklich erstaunlich und habe ich in der Form bisher nicht gesehen. Klar tun sich Neueinsteiger anfangs etwas schwer, das haben wir auch schon bei anderen Folgen der Windel News gesehen, in denen das Marketing suboptimal ablief. Aber dass es gar nichts gab, keine Vorankündigung und Ankündigung, keine Promo, nichts, das sehe ich tatsächlich zum ersten Mal. Ich konnte nicht mal herausfinden, wann sie ungefähr auf den Markt gekommen ist, weil es weder einen Blog noch Auftritte in sozialen Netzwerken gibt. Nur über die Liste der Änderungen am Angebot lässt sich sagen, dass die erste Anpassung am 4. August 2023 erfolgte, die Windel muss im Januar 2024 also seit mindestens fünf Monaten auf dem Markt sein. Allerdings wächst dieser Shop bereits seit vielen Jahren, ohne dass ich oder andere, die ich aus der ABDL-Szene kenne, ihn bemerkt haben. Möglicherweise ist seine Stammkundschaft so groß, dass dies für den Absatz der Windeln ausreicht. Trotz meiner Kritikpunkte finde ich die Windel an sich interessant. Skeptisch bin ich aber nach wie vor bei der Größe. Möglicherweise irre ich mich ja auch und sie ist vom Schnitt her auch für einen geringeren Umfang geeignet, als angegeben. Von den offiziellen Angaben bin ich skeptisch, ob sie passt, das dürfte zumindest einem Teil von euch ähnlich sehen. Was haltet ihr von der Windel? Soll ich den Versuch wagen, sie in L zu kaufen und zu probieren, ob sie mir trotzdem passt? Schreibt es in die Kommentare und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine neuen Windel-Videos verpasst. Bleibt trocken, bis zum nächsten Windel-Video. Schreibt es in die Kommentare.